ja ich hab ja jetzt ich hab schon grad selbst augen aufgemacht hä wie kommst du auf deinen isaac du dummer feck! Ja das war das davor! Ey! Hä? Ja Kinsey was da los bei ihnen! Ey! Stream Refresh! Kinsey davor habe ich eine Bravo-Kiss aufgemacht und das war eine Nova Tempest! Was laberst du? Okay ich glaube ich bin ein bisschen weit zu gewählt! Ey der Typ der guckt den Stream von vor drei Stunden! Kinsey ist ein Faggot! Reinschreiben bitte! Ja das ist echt Kinsey ist ein Faggot wert Alter das ist doch unglaublich! Der Junge der lässt mich hier die Augen aufmachen bevor ich meinen Knife sehe! Guck deswegen war es auch eine Pizze mit Taurus! So ähm ich mach nochmal Augen zu! Augen zu? Ah ich hab eine! Okay perfekt! So wieder Augen zu! Kommt Jungs 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 Jungs! Das muss was geiles sein bitte! So Jungs sag mir dann wieder was ich hab! Seid einfach ganz ruhig egal was kommt! Ja ich muss irgendwann die Augen wieder aufmachen du Faggot! Oh shit! Ich sag mal so es ist dein Lieblings P90 Skin! Ah die Modul Alter! Aber Junge heute läuft leider nicht so gut! So! Ich hab schon dreimal Faggot Skins gehabt! Okay komm nochmal! Habe ich eine? Ja so wieder Augen zu und gib ihm Alter! Gib ihm Gabe! Aber ich weiß ganz genau wenn Calica rumschreit Alter dann kann ich mich freuen! Komm komm Calica! Jetzt mach die Augen nicht auf sondern rate was da ist! Ich hab nichts gesagt Alter! Haben wir auch nicht! Entweder ne Drecks P90 oder so ne Eisig Alter! Richtig geraten! Echt was? Ey! Ey! Diese Drecks P90 Alter! Ey meine Fresse Alter! Jetzt reicht's! Alter Falter! So komm! Ein... Junge Junge Junge! Gib mir doch Glück! Ey ich mach die letzte auf! Guck mal wie die da rumschimmelt! So jetzt reicht's Alter! Ja! Mit Augen auf diesmal! Ich guck wie dein Gebtner will Seele! Deine Seele guck ich! Ganz genau! Du gefühlst! Nein! Nee! Was ist jetzt nicht? Ich glaub er ist aus dem Raum gegangen! Ja! Da kommt er angerannt! Entweder ist es jetzt ein Knife oder eine P90! Ey wir! Es ist das Knife! Oho! Wollt das Knife! Ich bin noch bei der P90! Meint ihr der sucht sich jetzt nen Streck raus? Was hat der? Erstmal ich bin noch bei der P90! Ja er hat ne P90! Ja die P90 sieht nicht! Oho! Was lächerliches Alter! Meine Fresse ey! Jetzt hab ich mir erst mal was zu essen geholt Alter! Man so knopperst du zwischendurch Alter! Morgens halb zwölf in Deutschland! Von der Stimme fiel ich ja! Lächerlich! Guckt sie euch an! Wenn ich jetzt noch ne P90... Komm ich mach irgendeine auf! Komm dann! Ich hab P90 Zeug jetzt! Komm! Eine geht noch! Let the P90 go through! Du musst auf Case öffnen klicken dann direkt auf Inventory! Das ist alles alles für Rexy! Wird dann auch für den Rexy! Aber Rexy bringt mir grad noch kein... Hast du gehört? Hm? Was ist? Du musst auf Use Key klicken dann direkt oben auf Inventory! Ja das ist das Speedrun! Ja das kommt dann immer das Knife! Ja! Ne! Äh was? Nein! Jetzt holt er sich nur was! Er hat ne P90! Nein! Jetzt hat er ein Knife! Oder wieder ne P90! Oh weiss ich! Oder die Death on Storm! Wir lass uns überraschen! Oh man! Was denn? Oh! Die P90! Oh scheiße! Oh man! Alter wie viele Mal das hintereinander jetzt schon! Vier Mal? Vier Fünf Mal sind es schon jo! Oh ho ho! Wie P90! Der Modul Hype! Das war doch auch mal ein sickes Case Opening! Wie oft kann man ne P90 mit einander ziehen? Macht so ein 50er Streak! Äh! Ey mein Herz! Ich hab echt Kampon Alter! Eins geht noch! Eins geht noch! Es rast! Nach so vielen Modulen... Ach Alter kommt es ist so lächerlich Alter! Was? Soll ich wieder mit Inventory gehen? Ja das ist halt Speedrun! Wie? Komm sofort! Ey was los? Ohohohohohohohohohohohoh! Das war Wurf! WUURF! Ich hab keine Alben Schreibung aufgeräumt! Alter ich hab keinen bock mehr! Warum hab ich nur blau? Nur blau? Ich mach jetzt, warte mal, ich mach jetzt, ich mach jetzt random, ich mach jetzt richtig random, ich mach jetzt random. Komm, komm, komm. Ey, mein Herz, gell? Ich bin grad so, ich kann... Alter, schreit, ist vorbei. Oh, Alter, ich kann mein Bett verprudeln, Alter. Scheiße, Alter. Scheiße. Lächerlich, Alter. Meine Fresse. Wenn ich in mein Zimmer reinkommen, wird direkt tot, Alter. Komm, ich schau. Oh, 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 oh.